Es gibt Orte, von deren Existenz wir nichts wussten. Er kam als unbekannter Neuling in die Serie, aber jetzt kennt ihn jeder. Wir lieben dich, Matt Bies! Ich zu sein, ist vielleicht super. Rally vor, denn ich komme! Oh nein, Turbo-Box, er kann es nicht mehr halten! In dieser Welt beginnt das größte Abenteuer, wenn du nicht weißt, wohin du gehörst. Mund und Röschen! Wo bin ich denn? Du bist in Radiator Springs, dem süßesten kleinen Städtchen weit und breit. Du bist eine berühmte Rennauto? Ja! Kennst du viele Ferrari? Nein, 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 nein! Ich fahr beim Pisten-Cup mit! Luigi ist ein Fan von der Ferrari! Schnell dich an! Oh ja! Sehe ich da hinten etwa ein kleines Zierstreifen-Tattoo? War mein Spoiler ausgefahren? Ups! Da kommt total viel Liebe rüber, was man? Lass dich waschen, du Hippie! Hi! McQueen sagte mir, man kann nirgends in der Welt bessere Reifen kaufen als bei dir. Da ist eine echte Michael Sumacca-Ferrari! Wow! Cars! Ciao! Im Vergleich zu diesem Ort hier ist das Bermuda-Dreieck ein Planschbecken. Hier draußen soll angeblich der Ozean brennen. Da wären wir! Du hast mich bezahlt, um dich hierher zu bringen. Die Frage ist nur, warum? Ich bin auf der Suche nach einem Auto. Es ist ein Missail! Wenn eine Mission so gefährlich ist... Da ist er! ...vertrauen die weltbesten Spione... Puh, das war echt knapp. ...einem absoluten Gewinnerteam. Wünsch mir Glück! Mach sie fertig, Kumpel! Lightning McQueen, willkommen zum Welt Grand Prix! Ich hab mich noch gar nicht richtig vorgestellt. McMissar, Finn McMissar, britischer Geheimdienst. Ich bin Hook, Abschleppdienst. In diesem Sommer... Du musst helfen. Was? ...führt sie ein Rennen um die ganze Welt. No mo' arigato! Oh la la! Willkommen im internationalen Terminal. Nicht schon wieder. Es wird noch spannender. Hör mal. Das hier ist nicht Radiator Springs. Äh... Ich verliere... Ich muss mal. Entschuldigung, Ladies! Noch gefährlicher. Da ist er! Oh, ich nehme dich zuerst! Und noch abenteuerlicher als je zuvor. McQueen! Puck, ich halte genauso zu dir, wie du immer zu mir hältst! Angreifer nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Oh oh! Das ist echt lustig! Das ist Rennsport. Jackson Storm gehört zu der neuen Generation von Hightech-Rennwagen. Sieg Nummer 3 für den sensationellen Neuling, Jackson Storm. Jackson Storm ist eine Klasse für sich. Hey, Champ! Du machst das echt gut! Freize mich! Freize mich! Freize mich! Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mich freue, dich endlich abzuhängen. Du hast dich ja gemeint, mit mir abzuhängen. Du hast mich schon verstanden. Genieß den Urstand! Du wirst nie mehr der Rennwagen sein, der du einst warst. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Junge. Also schau gar nicht erst zurück. Die Rennsportwelt wandelt sich gerade. Rollbänder, Windkanal, Virtual Reality. Daran arbeiten wir noch. Und interaktive Rennsimulation. Wow, 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 wow! Gefahr. Barriere durchbrochen. Sie stehen entfangen. Falsche Lichtung. Kalt das ab, kalt das ab! Sie hatten einen Unfall. Da haben wir ja noch einen Haufen Arbeit für uns. Ich freue mich so darauf, Sie trainieren zu dürfen. Stellen Sie sich vor, wie Sie siegen, und zwar gegen diesen Kerl. Bye! Der Strand hat mich gefressen. Woche für Woche verkünden erfahrene Rennwagen ihren Abschied, um Platz für die Jüngeren zu machen. McQueen, haben Sie über einen Rücktritt nachgedacht? Keine Frage, ne? Okay, Paparazzi! Du wirst nie so schnell werden wie Storm, aber du kannst klüger sein. Viel Glück, Champ! Du wirst es brauchen! Ich entscheide, wann es vorbei ist. Du gewinnst hier nicht! Zieh dich besser warm an Storm.